Musik Und Guinness Buch der Rekorder hat zurückgeschrieben und hat gesagt, dass also Pferde und Ponys erst mit vier Jahren angenommen werden. Das heißt also, ich muss noch ein bisschen warten und hoffe, dass dieser kleine Muck hier nicht noch viel größer wird, damit wir es schaffen, in Guinness Buch der Rekorder reinges zu kommen. Das wäre natürlich einmalig mit diesem kleinen Kerl. Musik